Oh, Medizin. Nehme ich das mit. Sonst keine Keykarte. Keine Keykarte. Hallo? So, die Türen habe ich alle aufgemacht. Die auch und die eine... Kabinett Key. Was ist mit der hier? Gut. Ah, Mann. Ich muss mir die Schrecke nochmal genauer... Ja? Nein. Oh, nicht jetzt schon. Ja? Da vorne? Da! Was ist das? Oh, diese wunderschönen Bugs retten mir gerade das Leben. Oder? So, da vorne hatten wir den. Das heißt, der könnte jetzt theoretisch hier auf dich fliegen. Links um die Ecke kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da hinten ist das Vieh. Ich weiß nicht woher. Wo ist die doofen Tür? Scheiße. Ah! Was ist die woher? Da nicht. Da ist die Tür, da ist die Tür. Oder? Ja, hier war die Tür. Okay. Ich laufe die ganze Zeit ohne Licht rum. So, jetzt brauche ich das Licht. Ich kann ihn abhängen. Ich weiß es. Irgendwie geht das schon. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Ich kann ihn doch nicht abhängen. Ich muss ihn nicht ziehen nehmen. Da kann keine Treppen hoch. So. Abgehängt. Fahr. Gut, 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 gut. Okay. Die Luft ist rein. Glaube ich. Die Luft ist rein. Ich habe einen Schlüssel, aber weiß noch nicht genau, wofür. Dafür habe ich den Schlüssel. Und ich habe eine Keycard. Wow, zwei Stück schon. So weit war ich noch nie. Ich lasse das Licht aber mal an kurz. Ich habe noch eine Batterie. Oh, Medizin. Medizin ist gut. Alles cool. Alles noch cool. Pada. Und. Keine Keycard. Hm. Schon wieder keine. Brauche ich jetzt jedes Mal für so einen Schranken Schlüssel? Ist ja doof. Den wir in der Spiel Keys nennen sollen. Hallo? Die. Nein. Er startet immer mit der Musik. Musik. Und da ist er. Ich gehe Treppe hoch. Ah, super. Der hat bestimmt eine Keycard. Da ist eine. Warte. Nimm ihn. Nimm ihn. Okay, keine Panik. Der kann nicht hier hoch. Der kann nicht hier hoch. Ah. Drei Keycards. Wo ist er? Wo backt er sich fest? Da hinten. Scheiße. Jetzt komme ich hier gar nicht weg. Ne? Ne? Gut. Da war ich drin. Da. Wöööö. Da möchte ich rein. Guter Tipp, als ihr das Spiel spielt. Immer die Treppen hochgehen. Der kommt hier nicht durch. Theoretisch wohl schon. Aber das Charaktermodell ist einfach zu groß. Der kommt hier nicht durch. Ich habe das nicht durch. Was mache ich denn jetzt? Verarschen. Das mache ich jetzt. Ich verarsche den einfach. Da, 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 da. Musik ist. Er hat sich halt echt mehr. Oh mein Gott. Der ist hinter mir. Hüah. Ja, da backe ich mich jetzt auch wieder fest. Aber was soll's. So. Komm her. Kommst du da nicht her, ne? Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hoch und warte, bis sie sich beruhigt hat. Mist. Mir fehlen nur noch drei Keycards. Sondern hätte ich theoretisch das Spiel auch, glaube ich, schon geschafft, oder? Ich komme hier nicht mehr. Da. Der klebt richtig an mir. Der ist wirklich so programmiert. Der klebt an mir. Ich kann nichts machen. Nichts. 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 Das ist böse. Das mache ich jetzt. Wenn er mich direkt kriegt, dann bin ich, glaube ich, mit einem Schlag tot. So einmal anditschen darf der mich ja. Aber wenn er mich direkt kriegt. Und das weh da, wenn ich jetzt hier runtergehe. Mann, das ist echt mies. Ich will ja auch wegen solcher Sachen, dass ich sich unbedingt abbrechen möchte. Hey, warte mal. Machen wir das mal anders. Moment. Geh hier hin. Das heißt, er geht auch hier hin. So. Dann nehme ich H. Mir geht es noch gut. Gehen wir wieder hier hoch. Dann hoffe ich, dass er sich hier irgendwie wieder fest bleibt. Da ist er. Huh. Der hat was kaputt gemacht. Ah, der verschwindet nicht. Das ist echt blöd. Hör auf, ja. Ich bin ganz hart gerade am überlegen, wo ich denn jetzt hingehe. Das versaut einen doch ein bisschen echt. Das versaut einen wirklich, das Spiel. Gehen wir hier noch mal her. Ich müsste doch irgendwie loswerden. Mann, das ist mir in Ruhe. Okay, warte, ich gehe die Treppe hoch. Ich gehe die Treppe hoch. Die hier. Die hier gehe ich hoch. Geht er da her? Ja, schön. Ich werde den gar nicht mehr los. Ich werde den wirklich nicht mehr los. Wo war das denn? Wo wollte ich denn rein? Die Tür habe ich aufgemacht. Die ist jetzt sowieso offen. Dann eben. Ich habe es mir irgendwie festbauen können. Und da möchte ich rein. Kann ich aber nicht, weil der ja hier rumläuft. Da war ich schon drin. Was mache ich denn jetzt? Nein, nein, nein. Ich habe nur eine Batterie. Zweimal Medizin. Und drei Keycards. Und ein Monster, das mir die ganze Zeit am Arsch hängt. Den hier. Wo ist die denn? Ich sehe die nicht mehr. Wo ist die? Was? Oh, das war keine gute Idee. Ich dachte, hier geht es weiter. Oh, hier ist die Keycard drin. Schön. Scheiße. Also, ich kann so nicht spielen. Ich kann so echt nicht spielen. Ich kann es wieder Restart machen. Und dann haben wir wieder. Ich meine, ich kann nicht innerhalb von einer Minute alle Keycards finden. Das geht nicht. Und ich glaube, dass es nicht gewollt ist, dass sich das Monster überhaupt gar nicht los wäre. Wie soll ich das machen? Ich meine, ich renne ganz schnell und trotzdem kriegt er mich. Das ist einfach... Das ist ein bisschen doof. Aber andere haben es ja auch geschafft, irgendwie. Noch ein Versuch. Jetzt wirklich noch ein einziger. Und dann mache ich aus. Für heute. Oh, und da haben wir das Monster. Das ist da. Ja, bla. Achso, ich kann es doch gar nicht aufmachen. Was war mein Stuhl? Emergency. Ja, bla. Haben wir hier eine Keycard? Nein. Ja. Oh, warte mal. Da war ja noch was. Und ich will mich nicht schon wieder erschrecken. Oh nein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, da unten. Da war das nämlich. So. Oh Gott. Was ist das? Ja, eine Batterie. So. Und jetzt aber schnell. Ganz schnell. Zack. Keycard. 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 Zack. Key... Card. Nein. War hier wirklich gar nichts. Okay, in dem Raum war nichts. In dem Raum war nichts. Hier auch nicht. Nein. Nächster Raum. Hier war der Schlüssel drin. Für... Nicht für den Schrank. Oder können wir auch mal reingucken? Da ist keine Keycard drin. Nicht für diesen Raum. Nicht für diesen Raum. Sondern für einen Raum mit ganz vielen Schränken. Hier war nichts, oder? Hier. Das ist eine Keycard. So sah sie aus. Hier sind sonst keine mehr. So. Was war hier? Verschlossen, verschlossen. Das. Das. Genau. Hier waren die Schlüssel. Ja, geil. Oh, ma. Ja, keine Ahnung. Ich kann eben nicht... Ich kann nichts machen, wenn das Monster dazu da kommen. Geht nicht. Aber hier war es? Nein. Oh, ja. Bist du denn? Du müsstest hier irgendwo sein. Okay, dann bist du da hinten. Dann kannst du auch... Buh! Mann! Okay. Jetzt hat er sich mal wieder weggepackt. Das ist gut. Also ganz schnell, ganz schnell. Oh, Batterie. Laufen, 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 laufen. Ich habe eine Keycard. Eine gibt es beim Doktor oben. Äh, bei dem Wissenschaftler. Zack. Haben wir keine Keycard, Keycard. Nein, nein, nein. Keine Keycard. Nein, 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 nein. Hierher. Zack. Hatten wir hier irgendwo eine? Zack. Keycard, Keycard, Keycard. Nein. Nein. Boah, ich muss mich beeilen. Nein. Wenn ich jetzt eine übersehen habe, dann bin ich doch schon echt leicht abgefugt. So, warte mal. Ah, ich kriege die nicht. Ich kriege die nicht. Zwei. Eine fehlt. Wo war denn die andere? Wo war denn die andere? Was ist denn hier so komisch grün drin? Ah, Keycard. Ja, noch eine Keycard? Aber die sehe ich zum ersten Mal. Oder? Keine Keycard. Keine Karte. Und keine Türen mehr. Ah, hier ist noch ein Schrank. Und hier ist eine Batterie. Keine Karte. Uah. Türen zu. Das Blöde ist, das Monster kommt jetzt gleich wieder. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da alles abgesucht haben und ich nichts ver... Vergessen habe... So. Habe ich nochmal Glück? Ne, habe ich natürlich nicht. Ich muss also dahin, wo das Monster gerade ist. Kannst du dich bitte wieder eben wieder festwagen? Das wäre super lieb und der echt ist. Das wäre super freundlich. Drei Battagnen habe ich noch. Nein. Das ist echt doof, weil ich muss ja da hin. Guck mal, ich bin im Monster drin. Das ist übrigens auch sehr schön. Also, wenn das so weiter geht, muss ich das wirklich abbrechen, weil ich kann es nicht spielen. Ich habe ja keine Chance hier. Und anscheinend bin ich gerade das Monster, so wie es aussieht. Ist auch schön. Wo ist denn der Spieler, den ich erschrecken kann? Ja, ich bin das Monster. Hier sind meine Füße. Da, und ich laufe gerade. Da, seht ihr? Sehr schön. Sehr schön. Ein Traum. Nein, das Monster kann wirklich keine Treppen hochgehen. Ah. Also, ich würde wirklich gerne weiterspielen, aber es geht nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier hin und gucke, ob ich den irgendwie wieder festwagen kann. Okay. Habe ich echt so eine Buggy? Ich meine... Das kann er, nee. Andere haben es ja auch durchgespielt, aber anscheinend habe ich wieder mal... Ja, ich habe wieder mal Glück. Das ist wie immer. Ich gehe jetzt einfach dran vorbei. Ist ja jetzt eh alles egal. Na, wie ruhig. Das ist meine Ruhe. Ha. So, gibt es hier irgendwo eine Treppe? Irgendwie. Hey, da war eine Hand. Ich konnte da irgendwas machen. Krieg dich ein. Also, ihr seht das, ne? Ich kann hier... Nichts machen. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Dann gehen wir hier nochmal die Treppe hoch. Haben keine Medizin mehr. Das ist jetzt verkackte Monster. Da ist das verkackte Monster. Gehen wir nochmal hierher. Also, ich bin sowieso tot eigentlich. Ja. So schnell kann es gehen. Ich will noch die Züge machen. Das ist aber kein schönes Ende von Horrorspielen. Und wieder tot. Ich glaube, ich gucke mal im Internet, wie das so ist mit den Bugs. Und wie ich das irgendwie beheben kann. Aber so kann ich das leider nicht weiterspielen. Und deswegen sage ich trotzdem mal, bis zum nächsten Mal.